Hallo so Leute, zu einer weiteren Folge TTT Fun und heute mit dabei Magnus, Jan, Dams, Shiri live und Dani, hallo! Dani! Ja! Guck mal, ich habe mich ausreden lassen, so viel Respekt habe ich in der kleinen Maus. Jan, bitte! Oh, Detective. Ja, warte mal! Magnus, rat mal, wo ich gerade bin! Jan hat auf mich geschaut. Hä, ich bin auch bei dem... Hallo! Komm, Magnus, wir spielen mit der Schildkurse! Nee, der Hallostand da bin ich! Nein, nein, ich bin auch da! Ich bin in der Dusche! Drück F3 und guck auf den Atem! Ah, Spaß! Magnus! Okay, warte. Dein verspätetes Geburtstagsgeschenk! Es ist sehr, sehr spät, aber okay. Magnus hatte doch erst letzte Woche, je nachdem wann dieses Video rauskommt. Ja, bei mir... Oh mein Gott! Magnus! Magnus! Magnus, Magnus, Magnus! Ich zeig dir die Richtung, Stamm! Wenn ich jetzt noch abschieße, ne? Das war ein Spaß! Mach mal Spaß! Wenn ich nicht mehr rede, ist es kein Spaß mehr. Okay. Magnus! Das ist Lars Kohl! Ja, aber der gleiche Stand ist auch vorne beim Spawn. Ich hab ne wichtige Frage, heißt das nicht Stadion? Wie komm ich denn ins Stadion? Du hast... Gar nicht. Bin ich gerade im Stadion? Wir haben... Wir haben keine Karten für das Köln-Spiel. Ja, Köln ist ja auch scheiße! Ich will Braunschweig! Oh mein Gott! Braunschweig! Die haben ja noch nicht mal geschafft gegen Wolfsburg zu gewinnen. Das lag aber in Wolfsburg. Hier ist jemand tot! Oh scheiße, ich hab ne Waffe weggeschmissen! Das ist gut. Okay, ich glaub Dani ist auch tot. Dams ist bei uns, Magnus. Ja, ich weiß nicht. Und ich glaube, dabei ist gerade Dams. Und Dams ist... Ich bin auf dir! D-Dani ist tot, das wollte ich sagen. D-Dani ist tot, Dams ist tot. D-Dani ist tot, Dams ist tot. Live! Live! Das war aber schon vorher hart. Ich habe Live und Shiri. Und Shiri. So, wie sie nie vorher geschwiegen hat. Oh Gott. Hm. Ich, ich, ich check gerade mal... Momentchen mal, ich kann ja mal... Was ist das leise? Kann mal jemand unsere Intercom-Melodie anmachen? Momentchen mal, da haben wir Josch. Wenn, wenn, wenn zwei Leute tot sind, dann müssten noch fünf leben. Also D-Dani ist tot. D-Dani ist tot, okay. Außer Alive ist jetzt auch noch tot. Alive. Okay, ich lebe noch, also gut. Siehst du, okay. Ne, dann, äh, also ähm... Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich bleib mal bei dir, Joch. Halten wir mal zusammen. Ich schieße nicht in den Rücken. Ich schieße nur gegen die Wand. Jetzt habe ich auch gerade Angst gehabt, ne. Hallo! Hallo! Du kannst sogar hinter mir herlaufen, ist alles okay. Das ist ziemlich gut. Warte mal, ich will mich mal da unten reingucken. D-A-Live, hallo. Bochenhealer. Bochenhealer. Oh Mann, was hast du denn getan? Bochenhealer. Lebt Shiri noch? Ich hab alle angeschlossen. Warte, 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 warte. Ich hab Shiri gesehen eben gerade. Eins, zwei. Shiri. D-A-Live ist hier oben bei mir oben. Trepp hoch, trepp hoch, trepp hoch. Ich hab nur noch drei Punkte. Shiri ist tot. Ich bin... Okay. Dann die anderen beiden sind oben. D-A-Live hat Mellon auf mich geschossen. D-A-Live ist die andere Person. Ich sehe das? Hab ich... Ja. Oh Mann. Schau. D-A-Live, ich wusste es. Gutes Radar, Magnus. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Ja, der Radar war natürlich ärgerlich. Ich hab dich nicht gut gemacht. Ich hab gecallt. Leute, wie bin ich denn gestorben? Ich wollte ne Leiche identifizieren und bin in die Luft gesprengt. Das war das. Das ist der Boom Body. Das ist der Boom Body. Ja. Ich identifiziere nie wieder ne Leiche. Das wisst ihr, ne? Also wenn ihr sagt, Dani ist traiterweise keine Leiche identifiziert. Nein, ich hab ein Trauma. Ich hab einfach ein Trauma. Josch, 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 Josch. Den mein ich ja, das ist genau der gleiche. Oh, das sind sogar noch mehr Schildkröten, oder? Oh ja, gar nicht. Nee, nee. Achso, die sind auch. Komm, wir spielen das Spiel. Lass uns das Spiel spielen. Die mit dem Krokodil... Oh, ich hasse euch. Krokodil... Snack Central. Mit lila, mit lila schwarzen Getränken. Komm dann. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Nein, ich hab Angst. Was ist denn das in der Hoffe? Machen sie es andersrum. Okay, gut. Peace. Nein! Dumpsschießt! Ey, wieso schießt du auf mich, Dumpss? Hab ich ihn getroffen? Nein. Dumpsschießt dann wirklich? Ja, aber... Aber wie nicht? Da schießt er erst mal auf mich. Ey, wieso haben wir schon Haste Mode Overtime? Äh, Haste Mode steht immer da. Ja, Haste Mode steht auch da. Bei mir steht Overtime. Schon. Oh, Jan, das ist aber dann eigentlich ne T-Sache, ne? Ja, nee. Traitor-Item gekauft. Super. Buggy, aber whatever. Wenn ich T wäre, würde ich ganz sicher nicht danach fragen. Außer, außerdem hättest du mich danach getötet. Außer du wusstest es nicht. Selbst dann würde ich als T nicht fragen sollen, erst nach der Runde. Ja, das stimmt. Außerdem hätte er mich getötet, er stand grad eben hinter mir. So. Wuff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, wow. Hallo, wow. Hallo, wow. Ich guck grad da drin nach der Hoffe und auf einmal sitzt da oben jemand, ey. Richtig geil, ne? Aber ich kann, geh raus aus meinem Bestellkack. Ah komm, wir machen Party hier drin. Aua, dann schieß auf mich. Danni, was? Danni. 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 Das ist ja auch so fucking Bete. Oh, die sehen so geil aus, die Waffen. Okay, schon mal keiner. Ich hab mal mit drauf geschossen. Oh, da hat keiner nur einen Shotgunschuss. Ähm, Daniel hat auf jeden Fall, wenn nicht jemand anders gestorben ist, war es Daniel. Daniel hat nur Magnussen gebracht. Okay, und ich glaub, Jan hat Ratschi Rüben gebracht. Alive? Alive lebt irgendwie? Ich lebe schon die ganze Zeit. Wieso hast du nirgends gesagt vorhin, als ich gesagt hab, Alive lebst du noch? Ah, voll Spaß. Alive, 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 Alive. Was war das? Es ist kein klassisches FFA. Ihr dürft nicht auf jeden schießen, sondern nur mit dem Newton Launcher ein bisschen Spaß haben. Okay. Es gewinnt nicht der, der als letztes überlebt, sondern es ist kein FFA im Sinne von jeder gegen jeden, sondern es ist einfach nur ein Knife und ein Newton Launcher für alle. So, das heißt aber auch, es leben nur noch drei Leute. Ist denn so? Ja, das heißt... Das heißt du live oder ich? Nein, nein, es leben noch drei Leute außer mir. Äh, ja. Ihr seht doch selber drei Tics. Jeder. Hä? Nein, ich seh keine Tics. Seht ihr das nur ich? Ja. Ey, Alive, ich bin jeder, das macht man nicht. Ähm... Der ist wirklich... Der ist wirklich nur ich, das finde ich faszinierend. Guck mal hier, Alive. Yay! Wow! Alter! Alter! Was geht los hier? Also wer lebt jetzt doch alles? Wer ist doch nicht weg? Wir haben doch gerade so schön gespielt. Ja, Dams ist tot. Dams ist tot. Safe. Was muss ich... Nein, nein, nein! Der hat auch der Tee geschossen. Das heißt, der live ist es oder nicht? Ja. Ich hab doch geschossen. Aus deiner... Aus deiner Sicht schon. Sie hat auf jeden Fall, äh... Alive... Hä? Ich schieße doch gar nicht auf euch. Jan schießt einfach auf mich. Nein, ich schieße auf dich. Wieso schießt du denn auf mich? Weil Shiri... 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 Ja, Tics. Dann kommt sie... Dann kommt sie wieder. Ah, ich geh mal zur Zwang. Ja, aus Jans Sicht war es schon... Confirmed, ne? Shiri hat halt mit der Shotgun drauf geschossen auf Dani. Und hat Dani ja das wie so tausendmal gecallt. Ähm... Eingang? Hier ein. Oh. Haben wir den Dams mal gefunden. Ah, sehr weit vorne gestorben. Aber Alive hat Dams gemacht. We're late. Ich sehe noch... Ich geh einfach aufs Manner-Klo. Oh, tschüss. Die Tür geht nicht mehr auf. Was ist denn das? Alles gut, Josh. Die anderen beiden... Einer... Die Tics sind auf jeden Fall in die Richtung. Ich hab sie gefunden! Ja, ich weiß. Weil ich den Tic gerade noch sehe. Sind wir noch am spawnen? Hab ich nicht gedacht. Die war hinter der Leiche von Dams. Oh Gott. Hallo? Äh? Das wird aber nicht nett. Hallo? Äh? Das wird aber nicht nett. Das hat Aua gemacht. Verdammt! Ah! Scheiße! Weppet! Alter! Da ist meine eigene Falle gelaufen, ey! Ich hab mit dem Satz aufgehört zu sprechen und keiner wundert sich warum, ne? Weil die keiner mag! Die war bei mir, weißt du? Aber keiner fragt nach. Das ist ja egal. Der Dams ist ja egal. Das ist spannend, also. Das ist richtig. Der Dams. Ich möchte es dir nicht so sagen, aber... Weißt du, von uns allen... Wir hassen dich. Du bist mir egal, weißt du das? Du hast bei mir verkackt. Für immer. Nein! Hab ich gar nicht! Nein, hab ich gar nicht! Du hast mich jetzt lieb! Döner! Da ist ein großer Döner drin, würde ich sagen, ne? Du lügst! Du hast mich sehr, sehr lieb! Und ich lade dich zum Döner essen ein! Okay. Okay. Das ist mir nicht wert. Das ist mir nicht wert. Das bin ich! Also wenn du es jetzt mal live gehen würdest... Ja, Anzeige, Anzeige ist raus. Ich sage... Ich habe jetzt gerade jemand gestorben. Warum möchten sie diese Person anzeigen? Ich habe gesagt, sie gibt mir einen Döner aus. Bats hat aber zurückgenommen! Ich könnte schwören, dass hier gerade jemand gestorben ist. Können wir bitte kurz durchzählen? Eins! Oh Mann, ich will auch nicht sein! Fünf! Ich will nicht drei sein! Ich will eins sein! Äh, Jan, hast du ein Radar? Weil dann wäre es mal interessant. Okay, das ist wieder. Hallo, Shiji! Shiji! Hallo! Shiji! Boah, das sind ja geile Erbwurst! Dams! Dams! Okay, scheinbar das Dams hat bei mir in der Nähe gestorben. Dams gefunden! Dams gefunden! Ich sag doch der unwichtige! Aber ich war's nicht! Nur weil ich Faktenhaus geben wollte! Dann ist Dams bei mir in der Nähe durch die Schrotflinte gestorben. Faktenhaus geht weg! Ich habe nur Schrotflinte, aber ich bin da aus dem Zeitpunkt. Ich hab ne M16, keine Ahnung was das ist! Scheinbar hat zu gut wie jeder hier eine! Ich hab ne M16 wie immer! Ich hab ne M16 wie immer! Ich hab ne Shotgun! Live war die letzte Person, die der... Äh... So gesehen hat. Live ist noch live! Live ist noch live! Live 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 live! Hier war ich noch gar nicht! Oh! Schön! Schön! Äh, Jan! 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 Komm zurück! Da ist Shiri! Ich hab den! Ich hab den! Ich hab den! Ich wollt grad sagen! Ich wollt grad sagen! Was ist? Shiii! Da! Schießt wer! Live! Oh Alter! Nein! Warum schießt du auf live? Dete Colt! Dete! Was? Danni verdächtig! Danni verdächtig! Danni verdächtig alive! Danni ist tot! Achso! Was ist danni? Magnus! 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 Ich bin das aber live! Ich bin das aber live! Ja darfst das gleiche richtig! Warte mal ne! Du wolltest live fressen! Also... Ich hätte Dani jetzt komplett verdächtig! So auf 99 Prozent! Ich war kurz vor Trigger heavy gewesen! Weil... Ich wusste nicht! Warum nimmst du einen Call von dem Detektiv nicht einfach an? Ich wusste nicht, dass du Detektiv bist! Ich hab dich erst gesehen! Nein! Jan ist Detektiv! Jan hat gecallt! Jan! Ich habe DNA! Ich sag, dass es live ist! Ich hab eigentlich aufgepackt! Oh nein! Ich hab eine danke... Ich hab nicht zugehört! Ja! Gut! Ich höre nie zu! Das ist eine gute Ausrede! Ich höre nie zu! Ich höre nie zu! Nie! Oh mein Gott! Kennst du, dass ich zuhöre? Nein! Das wäre verdächtig! Damschieß! Damschieß! Damsch! Okay! Wer schieß? Wer schießt? Wer schießt? Ich hab mich zugehört! Ich hab Dani nicht zugehört! Ich hab mich zugehört! Damschieß! Nein Spaß! Damschieß! Damschieß! Ja ich merk Dani hat Spaß! Damschieß! Ich hab so das Gefühl das endet bald wie bei der Geschichte mit dem Jungen der immer nach dem Wolf ruft da! Jaa! Irgendwann sagt einfach jeder, komm Scheiß drauf was die in Arbeit! Und dann beschwert sie sich noch! Ja! Als ich gecallt hab! Ich hab doch gecallt! Ja! Hört uns selber aber auch schon nicht zu! Nein! Damschieß! Das ist mein Nachbarn-Klopf! Damsch! 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 Dams, 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 da ist eine Bombe drin gelegt. Da hat es gepiept und Dams schon in der Ecke. Ich wusste es, es ist immer Dams. Ist er denn tot? Keine Ahnung, ich habe reingehalten, ich glaube er ist nicht tot. Vorsicht, es ist noch etwas am Piepen. Ja, okay. Wo ist denn die Bombe? Ich entschärfe. Okay, lass mich noch ein Stück weg gehen. Wo ist denn die Bombe? Ich höre nichts. Wo ist denn die? Ich habe sie entschärft. Sie sind entschärft. Dams ist es safe, Dams ist es safe, Dams ist es safe. Ja, warte mal, Dams war ja hier in dem Raum drin. Aber hier, der ist nicht mehr. Der ist den Gang gerade hier lang gelaufen. Ich habe ihn angeschossen, aber weil er zurückgeschossen hat mit der Shotgun, wollte ich nicht aufs Duell, weil ich selber laufe. Hallo, Alain. Hallo, hier. Der ist hier lang. Hallo, Jan. Warte, 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 ich komme. Nein, du bist Dete, macht keinen Sinn. Ich komme. Außerdem, ich habe DNA genommen, das hat nichts mit Verdächtigen zu tun. Ich sage dir, Dams ist es. Ich sage dir doch, er ist es. Ich habe immer recht, wenn es um Dams geht. Okay. Ich auch, nein. Dams ist down. Und Josch auch halt. Verfolgt mich. Ja, ich habe Dams getötet. Magnus ist proven. Ja. Weiß ich nicht, Gott. Die Alive. Sagt doch, Dams ist es. Alive ist unten irgendwo. Möchtest du mir zufällig eine kleine Health Station kaufen? Das wäre sehr lieb. Ja, das kann ich gerne machen. Okay. Ich versuche dich dann zu finden. Also, ich vermute... Ah, hier ist er live. Ja, Dani, geh weg. Ich gebe Magnus erstmal seine Health, ja? Okay. Wo ist er? Da ist er. Nee, woanders, Tim. Nee, hallo. Jan vertraue ich jetzt auch einfach mal. Ich gehe da nur hoch, ne? Ich gehe da nur hoch, ne? Ich wollte da nur hoch. Wo soll ich denn hingehen? Magnus, wo bist du? Ich bin Shiri. Nee, 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 Dani. Oh, noch mit Wehmlichkeit. Ich habe Dams gekocht. Ich glaube, ich habe dich eben gesehen. Ja, okay. Ja, da bist du. Hallo. Ich habe Dams gekocht. Ich bleib bei Shiri erstmal. Okay. Gibst du die Katzenwaffe? Mein Gott, ich meine, ich habe... Nee, klapp nicht. Ich meine, ich habe ihn aus Spaß gekocht, aber es steht, oder? Warum? Nee, ich schieß hier das Fenster kaputt. Achso. Oh, Dani! Was, Dani? Shiri! Denk gerade live hinter dir ist eine Tour offen, ne? Ich glaube persönlich eher... Äh... Eher Shiri. Danke, Jan! Danke! Ich gehe mal hier hinten durch und... Der hat jemand bekommen, ne? Sollen wir die kaputt machen? Warte, warte, warte. Äh... Dete? 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 Ja, was denn? Hier ist noch eine Leiche von einem Tee. Guck mal, ob da Punkte drin sind. Hast du noch Punkte bekommen? Nee, wenig. Ich... Ich begebe mich mal einfach auf die Suche nach... nach Dani. Oder Shiri. Hier ist mit Dani! Also Shiri, die hat auf mich geschossen und jetzt redet sie nicht mehr! Ich... Ich glaub dir aber nicht mehr. Warum gab's sie mir nicht? Warum wohl? Warte, du bist mir voll mit Videos! Warte, du bist mir voll mit Videos! Du bist mir voll mit Videos! Ich hab mir weh, Mark. Alles noch gut? Mit euch? Äh... Ich lebe noch, aber ich glaube Magnus nicht mehr. Magnus hat mir das Herz gebrochen, weil er mich mehr vertraut! Und du hast ihn einfach erschossen, ohne irgendwas... Ja, weil er mir das Herz gebrochen hat! Warum konfirmst du ihn nicht? Ich hab ihn nicht erschossen, ich hab ihn angeschossen! Lern den Unterschied! Und deswegen schweigt er jetzt wie ein Grab. Weil er sauer ist, dass ich ihm nicht mehr vertraue! Das ist doch logisch! Nein, das ist überhaupt nicht logisch, ne? Achso, da hab ich gesagt, ich confirm keine Leute mehr! Weil die mich immer töten! Ähm, die Leichen! Ihr wisst schon! Seht ihr, Magnus war Twitter! Keiner hier in ein... Es ist halt Dani. Einfach Dani umbringen! Also ich bin dafür, dass es Jan ist! Okay! Ich weiß, du würdest es sogar machen, ne? Das schießt! Das bringt überhaupt nichts, Dani, wenn ich neben dem D-Tisch stehe! Jan hat geschossen! Er läuft! Du glaubst mir doch, oder? Wir sind Katzenbuddies! Äh, du hast vor meinen Augen Neki umgebracht! Weil er dir die Katze nicht gegeben hat, ne? Ja! Ja! Wir sind Katzenbuddies! Ja, wir sind Freunde, du blöde Kuh! Ich mag dich nicht mehr! Also ganz ehrlich, Dani, wo bist du? Boah, das ist das Netteste, was ich je von dir gehört hab! Das ist meine Kuh, ey, ich mag dich nicht mehr! Da komm doch her, ihr Feigensäue! Ja, wo bist du denn? Da befind dich nicht! Hä? Ah, da hinten ist sie! Das hört sich nach dem Header an, und zwar nach deinem Guten! Und, also, ja, hier, genau, da vorne! Scheiße! Well! Ähm, ah ja, war meine, ne? Ich hätte keine Zeit mehr, Alter! Äh, ich danke fürs Zuschauen in dieser Folge! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Ciao, ciao. Oh, super Mario. Abonnieren.